ich habe gesagt was soll das heißen ich habe einfach nur keinen bock deswegen bin ich da jetzt darauf zugerannt weiß ja das ist aber trotzdem irgendwie vernünftig zu ende bringen wenn wir das ding einmal durch und haben wir sagen mal gezeigt und gut ist kriegen da sind anwesend war es und dann jetzt schnell zum fluchtboot ja das ist es halt nur ich weiß dass du meinst es ist ja der panzertyp da reich paar mal mit der probe der schuhe drauf tot der panzertyp ist tot ich dachte sehr gut die herrschaft gesiekt liegt zusammen noch ein schluss er redet nicht rum er redet hier aber schon wieder voraus mit ihr bei krepp und marcus bitte bitte alle zusammen bleiben und nicht hier ich habe irgendein schlüssel damit genommen jetzt auf den fall ich bin unten ich habe mich nur ein bisschen gesichert würde ich mich auftanken kann nicht löst du meinst aber ich werde mich ein bisschen auftanken oh man ey krass ist tot hier sind wir auf jeden fall richtig muss irgendwo eine treppe nach oben ja die muss wahrscheinlich hier links irgendwo sein ja da ist man auch relativ ein gesicht so lange man den safe knapp ja hier ist die ja hinter also ich bin ich meine die anderen bekommen wir leben zusammen rein und daneben draußen hier ist eine genaue schlüsselkarte zwei von zwei ich habe zwei schlüsse karte gelingt schon die habe ich schon die die liga lage kann solche machen ich versuche es zumindest ich kann ich verspreche dass es funktioniert okay 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 Time to use the tool we got from head of cyber security. You will see a target print and some fragments of previous scans. You just need to cycle through them to match the target and try not to get shot while you're using it. It would be rude not to check this anything. This you will not regret taking with you. Interessant was so normale Wachen mit normaler Straßenkleidung so alles aushalten können. Wofür macht man da eigentlich die ganzen Vorbereitungen mit irgendwelchen Lieferungen zerstören und so ganzen Scheiß, wenn das einfach Null bringt? Das ist Rockstar. Ich weiß, hier habe ich einen vollständigen Fehler dran. Warte mal. Ja, ich spreche das ab. Baby, du kannst das besser. Ich krieg das irgendwie nicht gebacken. Ich habe zwar gefühlt alles richtig, aber irgendwie sagt er mir, nö, ist nicht. Ich bin ja schon dabei. Du hast Übung, Baby. Du weißt, wie das geht. Wir haben dich jetzt trainieren lassen, mein Mann ist schuld. Baby. Füllt mal bitte dabei währenddessen, wenn es möglich ist, eure Panzerung und Lebensenergie auf. Habe ich eben schon gemacht. Gut. Kann ich noch mal machen. weil jetzt ewig da raus zu rennen die ganze zeit und das ist einfach nur selbstmord nein ich war nur da unten in der gesicherten ecke um den snack aufzukriegen ich hatte nichts ich wollte diesmal dabei sein wenn es gehackt wird gefühlt sind wir jetzt gerade schon ein bisschen weiter markus ist gestorben was hast du getan draußen gekämpft macht du bist auch drin gewesen ich dachte das ist auch gut weil du ihn schon mal zuschauen was sorry ich habe jetzt sagen noch nicht schon drei durch ich bin da nix hat kann man das schuldigen der seite ist der schwarzen drin ich glaube die so auf das boden zeug jetzt leben muss vorsichtig springen er liebte ich war ja sehr spätulär er macht ich bin schon da 12 also was erzählt du ja noch mal 1 2 hinter dir steht ein gegner wird sich ich will okay noch mal ja es gibt war waffen auf dem tisch ja ich bin schon dabei wir haben sogar sehr bequem hier coo ist drin man muss auch gegner muss stehen ja da ist nichts so hinten das ist ein sack hast du ich bin mal kurz ja so jetzt kann man runter gehen raus geht vom am wesen kommen haben wir es geschafft so ok jetzt hier draußen ich dachte mir einfach lasst euch mal vorgehen ja lasst ihr mal sterben genau die frage ist kann ich da jetzt auch kann man da raus die frage ist ich komme ja schon hier bin ich er ist tot mit 4 wenn ich sie gerne kaufen für konnecke wieder sieht man wenn auch dadurch in den lüten ein check voll denn es ist ein ausgang das ausgang auch einfach das ist ein gelber stück er hat den siebbrech jetzt mit meiner nacht zum fluchten überlegen mit dem Weg ich denke nur noch im Gesicht jetzt müssen wir noch reinkommen wird so gut oder soll ich da jetzt auch so ein Punkt ich habe das nächste genommen was ganz am nächsten dran ist ja ja aber gut abgeräumt geht nicht weiter wir müssen durch das passt oder nicht ich glaube noch einfach das Auto muss aber noch rechter werden ja ich hab da muss ja schon wieder weg gehabt du warst heute wird dort zu zweisitzer wir haben noch ein Heli da irgendwo bei uns und die arten reifen verloren ja ich weiß war der plan die frage wie kommen wir mit zu dem boot dann einfach ein mit dem land war der plan jetzt steckt noch ein ja wir sind aber unterwegs raus das ding ist der gelbe kreis ist immer noch auf dem kann ich es machen mit dem darum ist auch geschützt auf dem ding gerade ab sehr gut 1,4 millionen ich wollte eigentlich nicht fahren aber besser das war vollkommen okay alles gut das war top gemacht oh sind sie leider gestorben okay you're good to go oh gott der arme kämpf ist ganz alleine ne das stimmt nicht ich meine bei mir ach so dabei eigentlich sind nur wir beide gerade unterwegs ja dann sind gar nicht mit dabei ich weiß nicht wie weit ab die den screen sehen gerade oder hat die nur zu sehen ich sehe dieses video hier ihr seht euch dann quasi da umstehen was ne ich sehe yvonne das heißt wir kriegen jeder 400.000 knapp so gut aber sie hatte gar selbst streit gehabt mit natalie jetzt war sie einfach noch nicht so weit ich soll ausrechnen musst du gedulden aber kurioser weiter bei ihr muss ich immer direkt kommst du in die party deswegen ich wollte den genutzt mal okay now that you know the drill i said to keep hitting that son of a bitch he's always dropping money on flashy shit trying to flex like some big man clean him the fuck out you can bring anything to Jorge here and before you know you got el rubio's recurring fucking night moment ich bin noch ein abend bei meinen älteren bleiben aber ich habe das hier nur gesagt weil ich nicht wusste mein bruder ja das muss man nicht jetzt im entspringen klären die schönen unterlagen daumen führt ja gut das war ja der story die geschichte ausgerechnet von den typen der bin jetzt angemacht hat hey platte hin vollkommen verdient ja ja alles gut 145.000 das ist aber bis als gar nichts 363.400 level 269 schon gesagt hier haben wir noch gefällig ausprobieren wenn ich darauf lust habe können wir ja mal beim nächsten mal ansetzen ich würde die heiße ich würde die heiße ich würde die heiße von anfang an durchziehen und nicht mittendrin irgendwas machen ist aber trotzdem halt so gut wie nichts die 363.000 haben wir haben oder nicht haben ja aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe überleg mal die ganzen vorbereitungen die kein geld gebracht haben die ganze zeit die da investiert du warst du in der zeit da hast du locker das drei bis vier fahrer gemacht für andere missionen und andere sachen ja aber es ging jetzt die ganze zeit die wir jetzt gebraucht haben es ging jetzt einfach mal es ging jetzt mal darum einfach um das neue zu zeigen ja ist ja mehr story mäßig ist es ja okay ich sage halt nur es lohnt sich aber einfach nicht ja das kam nur eben komplett anders und hat der mutter das selbst von der story hätte ich muss auch zugeben ich fand das am anfang zum beispiel mit der insel durchgucken fand ich tatsächlich persönlich auch langweilig ja sind ein paar dinge jetzt gewesen wo es auch ein bisschen langweilig war aber jetzt der letzte teil war jetzt okay eigentlich ich finde halt einfach für den letzten überfall den sie machen und bei den preisen die schon bei den sachen online kursieren hätte man hier locker nochmal eine drauf legen können in sachen ausbeute am schluss ja das ist ja gut okay das kann ich verstehen das ist ja überlegen wir dass das kriege ich ja fast schon wenn ich wenn ich ordentlich mache kriege ich das gleiche beim casino überall fahrhaus da brauche ich nicht nur mal neun überfall ausbringen zeit zum abschluss 29 54 haben wir gebraucht ja und weiß es nicht sorry dass ich sage aber dasselbe krieg ich da auch fast mein bock dann raus ja ist gut ist ja okay mir ging es ja darum das einfach mal dort zu haben einfach mal zu zeigen ja auch nicht aber ich bin aber jetzt auch froh dass vorbei ist weil wirklich das war nervig ist halt jetzt gut dann sind wir durch würde ich sagen auch für heute ich denke dass meine freunde nachher bis und ran will also kann ich jetzt film ausmachen ja naja theoretisch wir sind ja jetzt durch passiert hier ist noch irgendwas ich bin ja ich hab voll die weißen bildschirmen jetzt soll ja es passiert ja nichts ich habe auch noch eine winterlandschaft